Und jetzt geht's mit den Bildern zu ACDC. Hallo liebe Fangemeinde von ACDC. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Godard erklärt ACDC. Bilder mit nur zwei Klicks verbessern. Für dieses Thema habe ich ein paar Bilder aus einem Campingurlaub auf Gotland im Jahr 2018 herausgesucht. Aus diesem Urlaub stammt auch das aktuelle Hintergrundfoto. Ich hatte es auf der Strandpromenade der alten und Handels- und Hansestadt Wiswi aufgenommen. Die RAW-Aufnahme habe ich zuerst im Modus entwickeln, passend zur Full-HD-Auflösung meines Monitors auf 16 zu 9 zugeschnitten. Das Video zu dem Thema verlinke ich hier oben. Und danach mit nur zwei Klicks verbessert. Und schon sind wir beim heutigen Thema. Bilder mit zwei Klicks verbessern. Das geht doch gar nicht. Oder wie soll das denn laufen? Und ähnliche Gedanken kann ich mir jetzt bei euch gut vorstellen. Also auf zur Praxis in ACDC. Und zählt die Klicks mit. So, da bin ich wieder. Und das soll auch gleich losgehen. Ich habe also hier meinen Ordner mit den Bildern aus Gotland. Und habe mir unten in den Warenkorb, hatte ich auch schon einmal ein Video zugemacht, mir ein paar Bilder hingelegt, an denen ich euch zeigen will, dass man mit zwei Klicks ein Bild verbessern kann. Ich gehe also mit diesem Bild hier ganz links unten in den Modus entwickeln. Und jetzt müsst ihr mit sehen, ich klicke hier auf dieses Rädchen. Ich klicke auf Voreinstellungen und auf Landschaft. Bild ist anders. Um es besser ist, entscheidet natürlich jeder für sich. Ich sage mal original. Anders. Ich mache trotzdem Abbrechen, weil ich sie noch irgendwann ein andermal selber für mich bearbeiten möchte. Nehmen wir das nächste Bild. Dieses hier. Ich gehe in den Modus entwickeln. Ich gehe auf dieses kleine Rädchen bei Allgemein. Ich gehe in die Voreinstellungen. Ich gehe auf Landschaft. Und habe dann dadurch dieses Bild. Klicke auf Fertig. Dann wird das Bild in der Form so gespeichert. Ich nehme mal das nächste Bild. Ihr dürft immer noch mitzählen. Entwickeln. Ein Klick. Zwei Klick. Gut. Das Bild muss natürlich noch gerade gerichtet werden. Es ist, glaube ich, ein wenig schief. Aber das macht ja nichts. Ich klicke auch hier einfach auf Fertig. Gefällt mir so. Ich nehme das nächste Bild. Entwickeln. Ich könnte da natürlich auch eine Stapelentwicklung draus machen. Aber manchmal möchte man ja nur einfach nur ein Bild, was man sich gerade geholt hat, fertig machen. Und fertig. Dann habe ich hier noch so einen schönen Oldtimer. Mit dem gehe ich auch mal in Entwickeln. Dann könnt ihr den schönen Oldtimer sehen. So sieht das Bild vorher aus. Jetzt klicke ich also hier. Gehe in meine Voreinstellung. Landschaft. Und so sieht Zinder hier aus. Originalanzeigen. Etwas schwächer. Fluffiger. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Und insgesamt etwas schärfer. Wo drin liegt jetzt das Geheimnis? Ich habe irgendwann einmal hier einfach nur in den Schiebereglern gearbeitet und habe irgendwann für mich herausgefunden, dass diese Einstellung hier eine gute ist, wenn ich Landschaftsbilder habe. Und die habe ich mir hier unter Voreinstellungen speichern und habe dem einen Namen gegeben und habe okay gesagt. Das ist das ganze Geheimnis dieser Zwei-Klick-Entwicklung. AC-DC selber. Also einen habe ich noch einen schönen hier, damit wir auch nochmal einen anderen haben können. Also eine andere Voreinstellung. Da habe ich mir eine Voreinstellung gemacht für Abendbilder. Habe sie auch Abend genannt, dann weiß ich mir gleich, was los ist. Die sieht insgesamt etwas anders aus. Und ja, das ist, wie schon gesagt, das ist das ganze Geheimnis. Ich habe mir eine Voreinstellung geschaffen, die ich in zwei Klicks abrufen kann. Dass man jetzt noch verfeinern kann, das steht außer Frage. Aber ich will euch mal eine andere Sache, wo man nämlich aufpassen muss, weil AC-DC hat selber ja auch Voreinstellungen. Die werde ich jetzt mal dazu laden, Fenster, Voreinstellungen für Entwicklung. Ich lade die einfach mal dazu. Die sind dann hier. Ich gehe ja mit so einem Bild immer als erstes, deswegen werde ich die mal rückgängig machen hier. So, mit so einem Bild als erstes in die Geometrie. Richte es möglicherweise gerade. Und da ich dieses Bild gerne auch einmal als Bildschirmhintergrund haben möchte für mich, klicke ich hier jetzt also auf 16 zu 9. Horizont soll natürlich nicht genau in der Mitte sein. Lieber, ich würde es lieber so haben. So. Und gehe jetzt wieder auf Einstellen. Und dann ist mir aufgefallen, hey, die haben ja auch hier Landschafts... Und ich wähle mal an, einfach dunklerer Himmel. So, was ist passiert? Er hat mir meinen Zuschnitt von Geometrie kaputt gemacht. Und das passiert bei allen anderen auch. Ich habe also, vielleicht gibt es einen, aber eigentlich hat er alle kaputt gemacht. Das heißt, wenn ihr diese Voreinstellungen, die AC-DC schon mitliefert, macht, nehmt, dann bitte zuerst und hinterher erst in die Geometrie und das Bild eventuell gerade richten. Weil es sonst, macht es euch alles wieder kaputt. So, das soll es für heute gewesen sein. Mit diesem schicken Bild hier verabschiede ich mich. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und etwas gebracht. Und ihr konntet was lernen. Und ich freue mich weiterhin, wenn ihr so toll kommentiert wie bisher. Da bin ich richtig überwältigt von. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.